moin so das box system ist endlich da aber ich habe jetzt aussehen schon zu schnell geklickt hier wollen hier steht nämlich einsammeln da drückt man drauf und dann erscheint dieses bild für die täglichen münzen die man bekommt heute habe ich zehn bekommen morgen bekomme ich 15 und es ist der erste von sieben tagen dann gibt es noch mal ein bonus obendrauf von 100 münzen und dann fängt das wieder von vorne an mit zehn so jetzt gucken wir mal weiter so und jetzt werde ich auch mal probieren mit verhandlung ich nehme ich mal stehen gelassen hier unten steht übrigens auch bei erfolg bekomme ich 30 münzen so hier wer mars astroid und venus ist kann das natürlich über diese kleinen eine stunde und vier stunden machen wenn man keine gags hat wo noch verhandlungen oft sind oder zu teuer wird und wenn man bei gg auch schon zu mürbt ist kann man das darüber gut machen so gut geschrieben 40 dann gibt es noch die möglichkeit über kämpfe das gleiche mit 30 und immer zwei münzen weniger bei maximal 15 verhandlungen und 15 kämpfen pro tag dann gibt es auch noch die möglichkeit hier was zu kaufen also ich könnte jetzt hier was kaufen und dann diese münzen bekomme ich oben drauf das muss dann jeder entscheiden aber das einfach so macht könnte jetzt sagen ich habe jetzt so viel nur münzen ausgeben und dafür 22 dinge holen teichkid könnte ich mir eigentlich auch kaufen ist zwar sinnlos aber ich mache das jetzt einfach mal und die 38 mit oben drauf so was gibt es noch ja der lock in bonus herausforderung gibt es auch noch da war noch eine verhandlung und es gibt auch die verhandlung also die verhandlung über die kontinent karte funktioniert die verhandlung über das quest system funktioniert anscheinend auch da kann man sich auch behelfen ist jetzt ein bisschen teurer zumindest die moderator 28 habe ich da jetzt gekriegt so wenn ich die tägliche lede kriege ich noch mal 100 wenn ich sieben stück erledige kriege ich unten noch mal 700 oben drauf also mit täglichem login mit tägliche herausforderung 15 kämpfe pro tag 15 verhandlungen pro tag und dann kommt ab morgen noch die gags dazu insgesamt 600 die woche dazu das heißt wir sind dann in pro woche bei 5595 münzen insgesamt so und hier gibt es auch hier sieht man was für eine belohnung ich kriege ja so ein beschleuniger dass es permanent angriffs boost von zwei prozent teiligung zwei prozent reduziert die buße in der taverne münzproduktionssteigerung und wenn man hier durchs kreuz stufe 2 h 4 5 6 7 und so weiter kann man sich dann ja in ruhe angucken so es waren erst mal die ersten infos das geht auch noch durch dann allen viel spaß und viel erfolg mit dem buch system